Hallo ihr Lieben, LatinoCNTV! Neben mir ist Anna, eine Freundin von mir. Sie kommt aus Polen und sie möchte etwas über Brasilien wissen. Was möchtest du wissen? Mich interessieren Themen wie gesunde, vegetarische oder vegane Ernährung. Wie ist es in Brasilien? Gibt es Möglichkeiten für Menschen, die sich bewusst und gesund und vegan ernähren? Gibt es gute Möglichkeiten, sich gut anzupassen an diesem gesunden Lifestyle? Ja, gibt es natürlich auch WG-Leute in Brasilien, gibt es viele. Also, ich glaube nicht so viele wie hier, ich habe nicht recherchiert, aber gibt es auch viele WGs in Brasilien, gibt es WG-Restaurants, gibt es WG-Läden, aber in Brasilien, also alles was ein bisschen besonders ist, so WG oder Bio, sind viel teurer als normal. Es ist nicht wie hier, hier gibt es nicht großen Unterschied, aber in Brasilien sind es ein bisschen viel teurer als normal. Aber gibt es auch Leute, die carne und Fleisch essen. In Brasilien ist eigentlich schwierig, weil in Brasilien mögen wir sehr viele Schurraskerias. Schurraskerias ist ein Restaurant, wo man Fleisch isst. Warst du in eine Schurraskeria? Nein. Gibt es in Brasilien Rodizio. Schurraskeria Rodizio ist wo man Fleisch in einem Spieß bekommt und der Kölner schneidet Fleisch neben dir. Also Vegetarier. Du bist Vegetarier. Oh Gott, das will Schurraskerias eine Rolle für mich. Weil man kommt, der Kölner kommt und schneidet dir viele, viele Fleisch und du isst Fleisch ohne Ende. Also gibt es auch Fleisch. Du bist Vegetarier. Ich wusste es nicht. Du darfst nicht in eine Schurraskeria gehen, dann wirst du tot sein. Und Schurraskeria gibt überall in Brasilien sehr gute Schurraskos, sehr gute Fleisch. Aber du machst kein Fleisch. Vegan. 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 Okay. Vegan. Leute, sorry, aber ich bin nicht vegan. Aber okay, gibt es ja viele vegane Restaurants in Brasilien. Ich respektiere, ich kann sogar verstehen, wenn man vegan ist. Aber leider kann ich von Natur nicht. Aber ich kann verstehen. Ich kann wirklich verstehen. Sehr gut. Ich bin sehr, sehr erfreut. Vielen Dank. Okay. Also diese Option gibt es auch. Gibt es auch. Gibt es auch. Wie sieht es aus mit Umweltschutz in Brasilien? Also solche Dinge wie Recycling, die es bei uns gibt, zum Beispiel Plastikflaschenrecycling oder Mülltrennung. Wird das konsequent dort durchgeführt oder? Also nicht so konsequent wie hier. Gibt es nicht überall eine Trennung von Müll. Also es ist nicht wie hier. Wirklich nicht. Aber ich komme aus Rio. In Rio gibt es wirklich viel schon. Ist sehr, sehr gut geworden. Im Strand oder überall gibt es schon. Aber wie hier in jedem Hochhaus nichts. Aber ja, wir arbeiten daran. Ja. Okay, das war's. Ja, das war's. Vielen Dank, liebe Anna. Ich hoffe, dass ich dir deine Frage gut geantwortet habe. Ja, ja. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn ihr gefällt habt, dann bitte ein Like, einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Danke. Ciao.